Loll Fuck Nein, nein Oh mein Gott, ja Fünf Leben, vier Leben Puh Ich bin schon mal mit einem Leben weggekommen Ich weiß nicht, ob es ein Video war Doch, es war ein Video Puh Aua Mit EINEM Leben Oh, prozentualen Schaden, das ist nicht gut Verdammt, kann was weg Ja, ist bei mir auch gerade passiert Aber ich muss leider öfters mal zurückgehen Sonst prägt nichts, wenn ich dafür draufgehe Achtung von hinten, Rammuz Oh Keine Chance, ich kann mich nicht bewegen Und alles Ja Ich denke, er macht weg Vergehen gehört was zu Oder wer sagt das wirklich? Aber die Top-Lane ist ein bisschen, ne? Ja, das ist halt unfair Würde mir sehr, sehr helfen, wenn da jetzt ein Gang kommt würde Weil der nächste Power gleich auch weg ist Komme, komme, komme Danke schön Aber die haben mich wahrscheinlich Wenn wir jetzt ein bisschen aggressiver drauf gehen Ja, es reicht jetzt durch den Tower Alles klar bei mir Bei mir ist bei mir Ich kill die Oder eins zumindest Wirklich, einen bekomme ich Äh, ja Viel Spaß Komm, den Nein 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 Boah, das ist jetzt wirklich ein bisschen mies Weil der Xen hat seinen E, also seinen Ransprung gemacht Ja Ach, so Für die einmalig passiv habe ich übrigens noch eine günstigere Variante bei Mana Das würde ich dir unterbrochen Nicht zusammenreden Bestimmt auch nicht Bestimmt auch nicht Hat der erste ein Skin oder Versicherte Das war's Nice job Naja Okay, das Da kam Ramos Ne? Woher der kam? Ne, da kam ein Ramos Das kann jetzt jemand aufschlagen Trotzdem gut Ähm Der kenne dich Gut, den hast du schon Alles gut Könnte besser spielen So, ich habe jetzt Gürtel des Riesen Jetzt habe ich ziemlich viel Leben Beziehungsweise für den Anfang zumindest No Und jetzt kann ich auch wirklich ein bisschen mehr helfen Und länger Das ist perfekt Och man, warum denn? Warum? Weil AW stark ist Ja Oder ein Outer-Counter zu sein Durch den Pilz Und jetzt Jetzt fing das Feind schon an Ich habe 0,4 Das ist aber noch gar nicht hoch, denn Da haben wir 13,7 Ja, also Ist man nicht verloren Lieb ich natürlich nicht Siehst du? Nö Okay Ist natürlich nett gemacht Boah, habe ich den gesteilt Äh, aus Versehen Aus Versehen Aus Versehen gesteilt Ja Eigentlich nicht, aber Aus Versehen Platt gemacht Das war, weil ich halt bis jetzt die ganze Zeit alleine war Ich gehe jetzt mal durch Ja, hier Du kannst wieder den Blu haben Ja, ich halte Ja, ich halte Du kannst wieder den Blu haben, ne? Ja, ich halte Wenn man sie ignoriert, dann sieht man sie ja gar nicht vor Also, gar nicht mehr, was sie schreiben Geht man auch gar nicht auf Prefails Ja, alle Aber was Hä? Egal Ja Die reden so Englisch mal Dazwischen Und dann wieder eine Hälfte Say Okay, das sind aber Abkürzungen hier Say more Blitz Spoda Seda Maja Ne? Wisse, jetzt war ich gerade unten, jetzt sind sie alle unten Ja Ich freu dir Deshalb bleibe ich nie zu lange an einem Ort, ab sofort Ja Ich fahre mir kurz ein paar Leben Feuil nicht Wie viele? Ich ziehe Sechson 71 81 Ja, und der Swain da links Ich komm mal gleich wieder, nach den Geistern Wollen wir den Swain da links machen, oder wollen wir mit dem? Oh, ich glaube gleich Komm jetzt erst mal runter Da hören sie doch nicht so Oh, ich bin gleich schon wieder weg, ich kann mich nicht bewegen Ich sterben Swain ist SS, könnte sein, dass der jetzt runter kommt Jetzt bin ich tot Nein Doch Doch Oh man, das war auch schlecht Wie viele Leben haben die noch? Nicht viel Nicht viel Ich habe sogar überlegt, aber Ja, der macht einen Double Wenn Ohne? Ja, denke ich mal schön Ah Nice Weißt schon Verdammt Verdammt Ich denke mal schon, dass du willst gewinnen Okay Ja, ich denke auch Hoffentlich Ich meine, wir führen mit elf Kills Okay, Töne sieht schlecht aus, das ist ganz ehrlich Stimmt Hallo, mehr als die elf der Kills, die wir kassiert haben, habe ich abgekommen Noch sechs Ja Ja Töne 05 Außer die Ulti, aber danach die Kugeln Halt Und das werfen wir vielleicht noch weg Uh, uh, uh Ne, da geh ich nicht rein Ne, weg, weg, weg Ok 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 Macht schade Macht schade Ja, weil die mich dauernd gekillt hat und dadurch ordentlich gefiedelt ist Weil immer nur die killt mich oder fast immer die Aua Ja Ok, die macht schade Aber noch was hat meine W jetzt zu lösen Hm Komm, das Packen wir mal machen Nein 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 Aber die hat gar nicht so viel Fähigkeitsstärke, da habe ich ja mehr Ja Ja, das stimmt Die Arbeit halt auch erscheint gerne zusammen Ähm Du weißt, was dein, äh, Griff des Todesfeuers also machen kann, oder? Griff des Todesfeuers, ja, der hat so eine einmalig aktive, aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie man die einmalig aktiven Dinge aktiviert, ne? Ähm Aktive Dinge aktivieren Du hast ja unten so sechs Felder, ne? Sechs Felder Also, äh Da wo die, äh, Items drin sind, wo du kaufst Ja Und dann zieh mal, ähm, das Griff des Todesfeuers auf den ersten Platz Also, ganz oben links Dann muss man eins drücken Ja Und wenn du jetzt eins drückst Und dann halt den Gegner den Champion anklickst Dann, ähm, kannst du das machen Das ist wie so ein Spell, nur muss man dann immer mit den Zahlen aktivieren und nicht mit denen, äh Und das ist, das Todesfeuers ist ziemlich stark Wenn du schon abgehörst und der Gegner auch, dann ist das... Ah, ich komm nicht weg, jetzt ist es nicht, ich bin schon wieder dauerst dann Okay Nochmal Boah, ja, die müssen Schass Ach komm, komm hierher, lauf dann sofort ins Bandreifen Oh, ist wie krassig Oh, Mann, oh Oh, Mann, oh Oh, Mann, oh Oh, fuck Das ging schnell Wenn der Blitz noch den Graben wollte, der Mann den gekiltert hat Da hat die nicht mehr als sonst Die mit ihrer Ult weg, ne, komm nicht Ne, ne, wenn Blitz jetzt gut ist, dann... Ja, eigentlich locker, jo Nice one Nice job So, langsam, wenn wir noch ein paar Level höher sind, können wir uns auch mal an Baron... ...rand trauen Ja, ab Level 16 oder früher Ja, 15 so Ja Ich bin ab nur Level 12, das ist ein bisschen blöd Ich hab aber die meisten Minions gekillt Naja, bist du auch ein Midlaner Mhm Mhm Die Midlan aus der Zyra, die macht ja nur Minion-Kills, also... Geht ja ab wie sonst was, ne Ich häng mal ein bisschen bei euch aufm Haufen rum, ich hab kein Bock um an der Erste zu sein, die abknipplicht Ja, 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 ne Bleib am besten hinter mir, weil ich hab ziemlich viel Leben und... Ich kann ruhig sterben So, alle in die Mitte und dann Teamfight? Äh, warte, warte, warte Oder willst du erst den Blue hier? Äh, ja, obwohl es Mana-technisch theoretisch eigentlich schon ausreichbar Aber ab Klingzeiten Klingzeiten ist immer nett von ab hier Das stimmt Vor allem für Cyber Achtung unter uns, Rammuz Was sollte ich mir noch mal gesagt, Marc? Was hast du noch mal gesagt? Ähm... Hextech dann vielleicht, oder? Hextech, äh, Revolver 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 Ehm... Immer als erstes mit Startkopf, weil wir... Ich finde ich einst oder das beste Alten für den Keine Gang mehr, irgendeine Teure Ne, 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 ich bin bisher kein A-D Oh, ne 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 Oh, ne, 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 live-die ist ja nur wenn du, ich sag mal schlägst Also deine Normen hast Achso, ja, ne Und, ähm, mit dein... Und wenn du Hextech-Revolver hast und dein K... Dein Kuh machst Ja Dann healst du dich doppelt, also zweimal Ist ziemlich stark Oha, alles klar Und mit deinem E Ach... Spell... Spell Event Kommt irgendwie das im Game so laut vor Ich hoffe man nicht, dass in der Aufnahme zu laut ist Hm... Das stimmt Gut Ich glaub das hab ich auch grad verpasst bei Hextech-Revolver Hab ich irgendwas gesehen mit einmalig aktiv, kann das sein? Ähm... Immer wenn's patcht, dann sind die Lautstärke-Einstellungen wieder zurückgesetzt Achso Ne, ich stell dir eigentlich gar nicht um Daher Ich hab immer League of Legends auf 5% Achso Nö, ich müsste eigentlich so gehen, soweit Gut, aber Dann passt's ja Alles okay Mhm So, hier kommen jetzt wahrscheinlich alle Nein Ich heil jetzt fast 100 Leben Alle mal runter? Ja, wir kommen schon Moment, 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 komm, komm, komm So, und jetzt... Oh, drauf Oh, das ist ehrlich Der Ramos, nicht den Ramos vorgucken Nein Okay, komm, cut, cut Ja, die Ulti ist noch geimpft worden Alles klar Alles klar Nee, komm Warte Fast Fast Eine halbe Sekunde und ich hätt einfach noch eh nutzen können und der wär weg Und der wär weg Ich überleg grad, ob ich jetzt lieber auf Damage gehen will oder ob ich jetzt lieber auf... Noch mehr... Wer hat denn hier am meisten Schaden gemacht? Ari, oder? Ähm, ich würd sagen... Ari, jo Ja, Ari Bei mir meistens Ramos Du solltest vielleicht wirklich... Irgendwas Magic-Besistiges wollen Ich will mir... Ich will mir die Naturgewalt Ja, genau Hätt ich auch gesagt So... Live, live... Und das... Oh, ich glaub... Ja, top, aber gut Okay, jetzt hab ich den Hextech dabei, ne? Mhm Ich glaub, wir machen das noch halbwegs okay Das hab ich wirklich auch... Das einzige grad, was ich auch gelesen hab Das hab ich auch gelesen hab Okay, 9, 2, 10 ist schon alles, aber... Komm mit Wenn ich den Bug ziehe, dann hab ich sofort Oh, okay, sie nicht hin Okay, ja, dann... Oh, haha, der ging ständig auf Fuck Jo Ich hab mich überlebt Boah, wieso hab ich denn jetzt mein Flash geused? Gerade Ich bleib jetzt hier stehen und schäme mich Oh, fuck Äh... War das... Habt ihr jetzt gemeint wegen meiner Ulti? Weil ich hab den nämlich drauf gehauen Nee, aber ich hab plötzlich geflasht Und ich wusste nicht wieso Wir müssen mal, wenn wir jetzt den nächsten Team Bei diesem unbedingt mal pushen Ja Weil wir haben... Wollt jetzt nicht 1 Tauerdauern getroffen Die Viertel haben schon 1, 2, 3, 4 Tauerdauern Ja Okay Was? Ja Wir sind zu viert... Oh... Ich hab einen Aschfall fast abbekommen Ehrlich? Jo, das ist nicht sehr... Ja, da kann eine Ulti lang geflogen, oder wie? Ja, aber ganz schön nicht vorbei, ey Oh, ich werd jetzt noch nicht wieder festgehalten Mann, ich komm nicht weg Ah, ich mach mal Licht an bei mir im Zimmer Oh, das war so... Oh Leute Oh, da kommt halt keiner von denen zwei zu mir die kassieren mal mehr kills die holen uns ein wenig auf genauer nicht sie es in den kommentaren spark you suck fehlt jetzt mal die koordination ich habe ja auch im dunkeln geschützt ich hab's mal licht bei mir angemacht